Moisturizer. Darunter versteht man eine feuchtigkeitsspendende Pflegelotion. Sie unterstützt die Haut, ihre Feuchtigkeit zu bewahren und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt. Temana Moisturizer hat eine leichte Textur, zieht gut ein und ist für alle Hauttypen geeignet. Mein Tipp, der Moisturizer ist duftneutral und daher auch perfekt für jeden Mann. Ideal, auch als feuchtigkeitsspendende Basis unter dem Make-up. Bis zum nächsten Mal.